Wenn ihn mal doch eine Biene sticht, dann juckt es dir nicht. Der kann über 10 Bienenstiche aushalten. Der so einen Stoff in seinem Blut hat, was das irgendwie neutralisiert. Eine übelste Maschine, Alter. Und der ist einfach... Schau mal, wie groß der ist. Vor ein paar hundert Jahren wurde der immer als Unheilbringer bezeichnet, weil der hat hier oben eigentlich einen Totenkopf drauf. Also wirklich einen richtigen Totenkopf. Wegen heißt er auch Totenkopf-Schwärmer. Habt ihr so ein Ding schon mal gesehen? Ich finde dieses Tier so krass und spannend, dass ich über den sogar in meinem Buch geschrieben habe. Also ein Kapitel im Buch kommt dieses Ding vor. Weil das ist so ein abgefahrenes Tier. Das ist so krass. Alter. Bestimmt noch sau viele andere interessante Sachen über dieses Lebewesen zu erzählen. Wenn ihr da auch was wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Mich interessiert sowas extrem. Ich weiß ja auch immer nur so ein bisschen was über die ganzen Tiere. Das ist ja nicht das einzige Tier, was die Katzen killen. Ich will nicht sagen, dass ich es besser mache. Wir haben auch gerade vier Babykatzen, weil uns eine Wildkatze zugelaufen ist und die Kinder gekriegt hat. Aber wenn man Katzen hat, muss man wissen, dass die einfach solche Tiere töten. Ganz viele Vögel, ganz viele andere Tiere. Das ist schon traurig. Schade, dass ich dieses Tier tot zum ersten Mal sehe. Kleiner Gruß von mir hier. Abgespacedes Tier. Schade. Tschüss.